Musik Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte eigentlich gestern schon mit diesem Video anfangen. Habe es aber dann doch nicht mehr geschafft. Denn jetzt gibt es die ganzen Sommerferien, jeden Tag ein Video. Egal ob Daily Vlog oder ob einfach ein normaler Vlog oder irgendwas Spezielles vielleicht auch mal. Heute gibt es auch schon mal einen kleinen Daily Vlog. Und genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich habe euch auf dem Longboard festgeschnallt. Ich hoffe, es funktioniert alles und ihr fallt nicht ab. Wenn doch, tut es mir leid. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich versuche gerade mal, dass es ein bisschen dunkel zu machen. Egal, wir waren auf jeden Fall gerade Longboard fahren. Ich hoffe, ihr habt die schönsten Shorts gesehen. Ich werde jetzt gleich nochmal wieder alles richtig einstellen. Und dann bis gleich. So Leute, also vom heutigen Tag soll es heute wirklich noch ein paar Aufnahmen vom Klettern noch drauf, die ich euch noch zeigen kann. Ich sitze hier auch gerade schon am Schnitt des Videos, also am rüberziehen der Dateien. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt kommen erstmal ein paar Aufnahmen vom Klettern noch. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum Ende des Videos wieder. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann sehen wir uns gleich. So Leute, ich würde sagen. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns gleich